Musik Frau Wagner, Ihre Krankenakte, es sieht nicht gut aus. Vor Ihrer Entlassung nach Innsbruck möchte ich Ihnen bitte noch gerne einige Fragen stellen. Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Äh, da gibt es nicht viel. Äh, ich habe keine Ahnung. Facke. Was würden Sie zu Heiko sagen, wenn er hier vor Ihnen stehen würde? Gar nichts. Wieso nichts? Nein, ich würde weggehen. Was ist das Wort? Weggehen. Ja, mit sich in die Leitrede nicht. Was ist Ihre größte Stärke? Überhaupt gar nichts. Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz. Wenn ich Präsident von Amerika wäre, würde ich... Ähm, würde ich das nicht in Anspruch nehmen. Was ist Ihr Lieblingsland? Nordkorea. Was ist Ihr Lieblingskörperteil? Penis. Was halten Sie von der veganen Lebensart des Heiko? Ich würde die furchtbar. Wie schwer sind Ihre Brüste ungefähr? 120 Kilo. Welchen Beruf würden Sie niemals ausüben? Urlaubstester. Haben Sie all die Jahre gerne mit Heiko zusammengelebt? Ähm, nein. Beschreiben Sie bitte Ihren Wunschpenis. Klein, rosa, grunzt. Und hat eine Nase für eine Steckdosen. Wie viel ist 3 mal 4? 48. Welchen Fußballverein hassen Sie am meisten? Ähm, FC Bayern. Würden Sie jemals mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr haben? Ähm, ich soll jetzt sehr ehrlich drauf antworten. Unter gewissen Voraussetzungen. Welcher ist Ihr Lieblingsfußballverein? Alle italienischen Fußballvereine. Hatten Sie schon einmal mehr als 2 Penisse in sich steckten? Ja. Ja. Oli! Ja? Nein. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018